Ich bin der Flo und ich arbeite gerne in der Klinik. Jeden Tag ein bisschen besser werden in dem was man allgemein gerne tut und dann auch noch von den Kollegen zu sehen wie das wirklich funktioniert, schätze ich besonders daran. Es geht nicht nur ums Kochen, sondern auch um das positive Miteinander im Arbeitsalltag. Auch wenn es natürlich Taggibte, die stressig sind. Eine Wertschätzung und ein respektvoller Umgang miteinander sind für mich die besten Zutaten für ein gutes Arbeitsklima. Bis zum nächsten Mal.